Hast du dir diese Frage auch schon mal gestellt? Wenn man sich gefühlt immer wieder im Kreis dreht und keine Ausfahrt in Sicht ist, wie schaffen Menschen wie du und ich es, da rauszukommen? Und endlich das Leben zu leben, wie wir es uns wirklich wünschen? Ja, das ist die große Frage und dabei helfen wir bei MyLifeCoach täglich unseren Kunden im individuellen Coaching. Und vielleicht ist heute ein besonderer Tag für dich, denn wenn du dir diese Frage auch schon einmal gestellt hast, dann können wir dir sagen, du bist hier richtig. Wir zeigen dir, wie du endlich deine Ausfahrt aus dieser Endlosschleife findest. Dass du zu MyLifeCoach gekommen bist und dir dieses Video jetzt genauer anschaust, könnte ein erster Schritt sein hin zu einer persönlichen Veränderung. Du bist schon auf dem Weg zu dir selbst und wir unterstützen dich gerne bei deiner persönlichen Selbsterkenntnis. Im Coaching erleben wir oft diese Momente der Selbsterkenntnis, in denen es innerlich so Klick macht und wir ein Verständnis für die eigenen inneren Zusammenhänge entwickeln. So entsteht Veränderung. Immer wieder sind es einfache Fragen von uns, die dazu beitragen, dass festgefahrene Situationen oder Sichtweisen in einem anderen, neuen Licht gesehen werden können. Manchmal ist das so, als wenn sich einzelne Puzzleteile wieder richtig zusammenfügen. Und vielleicht bist du schon länger auf der Suche nach deiner inneren Wahrheit und Verbundenheit mit dir selbst. Und vielleicht hattest du auch schon manchmal den Eindruck, dass bestimmte einschränkende innere Glaubenssätze damit zusammenhängen, dass dein Leben so läuft, wie es läuft. Diese alten und nicht mehr zielführenden Glaubenssätze durch neue und hilfreiche zu ersetzen, ist ein elementarer Teil unserer gemeinsamen Arbeit bei MyLifeCoach. Und dazu zoomen wir mal ganz raus, um uns deine Situation von oben anzuschauen. So werden grundlegende Lebensthemen deutlicher. Und dann zoomen wir wieder ganz nah ran und du hast die Möglichkeit, deine persönlichen Schlüssel zur Auflösung von Hindernissen auf deinem Weg zu finden. Es kann sein, dass du dich nach den Coaching-Sitzungen viel klarer fühlst als vorher und spürst, wie sehr es sich lohnt, den Weg zu gehen, ganz du selbst zu sein. Sind wir mal ehrlich, wir haben alle Hindernisse oder Blockaden, die uns daran hindern, wirklich authentisch zu sein und das Leben zu führen, das wir uns so sehr wünschen. Vielleicht überlegst du gerade, ob du mit deinem Anliegen bei uns richtig bist. Möglicherweise steckst du gerade in einer Lebenskrise oder fragst dich, wie du endlich Erfüllung in Liebe, Partnerschaft und Beziehung findest oder wie du deine wahre Berufung findest oder wie du das erreichst, was dir gerade durch den Kopf geht und was du dir schon so lange wünschst. Am Ende ist es gar nicht entscheidend, mit welchem Anliegen du zu uns kommst. Das einzig Wichtige ist, dass du wirklich etwas ändern möchtest. Und dass du bereit bist, mit uns daran zu arbeiten. All diesen nicht erreichten Zielen oder Hindernissen liegen meist einschneidende, nicht verarbeitete Erlebnisse zugrunde, die dann zu bestimmten, oft unbewussten Mustern führen. Sie sind wie ein blinder Fleck. Wir helfen dir dabei, diese blinden Flecken zu finden und sichtbar zu machen. Das ist der erste Schritt, um alte Verhaltensmuster und Glaubenssätze aufzubrechen. Dafür braucht es manchmal einfach einen Blick von außen. Und genau für diese Situation, für diesen Blick von außen, haben wir für Menschen wie dich das Coaching-Angebot von MyLifeCoach entwickelt. Denn jeder hat seine kleinen und großen Probleme im Leben. Manches, was einem so widerfährt, ist dabei nicht zu beeinflussen. Aber es gibt auch Probleme, die nur deshalb da sind, weil man etwas Altes mit sich rumschleppt, ohne dies zu merken. Und das macht einem unnötig das Leben schwer. Und wenn du jetzt sagst, dass du dir gerne deiner unbewussten Muster und Verhaltensweisen bewusst werden möchtest, um dadurch einen für dich angepassten Schlüssel zur Lösung deiner Probleme und Hindernisse zu bekommen, dann findest du rund um dieses Video einen Button oder Link für ein unverbindliches, kostenloses Vorgespräch. Du wirst dabei dann direkt mit einem von uns über deinen Anliegen sprechen und wir schauen, wie wir dich auf dem Weg zu deinen Zielen unterstützen können. Und eine Sache kann ich dir dabei versprechen. Allein, dass du mit uns über deinen Anliegen sprichst, kann schon viel mehr verändern, als du es dir im Moment vorstellen kannst. Und stell dir mal vor, was du dadurch alles gewinnen kannst. Und das Einzige, was du dafür machen musst, ist 30 Minuten deiner Zeit für dieses Vorgespräch zu investieren. Danach hast du volle Klarheit darüber, wie deine nächsten Schritte hin zu einem erfüllten Leben und zur Entfaltung deines vollen Potenzials aussehen. Und diesen Weg kannst du dann mit uns gehen oder die Tipps für dich ganz alleine verwenden. Das liegt natürlich ganz bei dir. Deswegen, vereinbare dir jetzt dein kostenfreies Vorgespräch und vielleicht ist genau dies jetzt gerade der Moment, auf den du in ein paar Jahren zurückblicken wirst und dir denken wirst, das war der entscheidende Moment, der alles verändert hat. bis zum nächsten Mal. Und das war der 반zurs μου.